Hi, ich bin Kim von Handysektor und das sind Nora und Fabi. Und auf diesem Kanal sprechen wir über alle Themen, die deinen digitalen Alltag betreffen. Wir testen zum Beispiel Instagram, Snapchat, Apps, wie ihr die Bilder rückwärts zu benutzen könnt. Infos, Infos, Infos. Wir erklären mediale Phänomene. Ich bin Dagi, es sieht einfach immer gut aus. Krasse Serien. Klassikruppe oder auch Instagram. Wir sprechen eigentlich über alles, was online Spaß macht. Internet, Internet, Internet. Social Media. TikTok. Mit Angeboten wie Netflix oder Amazon Prime. Aber auch über Dinge, die nicht so gut laufen. Das Internet vergisst nichts. Neben ganz vielen Infos kriegst du aber auf jeden Fall auch hin und wieder unsere Meinung zu aktuellen Netztrends mit. Also schnell abonnieren! Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.